Ja, Mann. Aber gar nicht mal so schlecht. Ja, da muss es aber noch was Besseres geben. Ja, toll. Jetzt bin ich Letzter. Wie gesagt, hier die Bremspunkte muss man sich selber suchen. Der Kollege hat es nicht geschafft. Uh, nein. Okay. Keine Strafe wegen Corner Cutting. Was geht denn da ab? Ach, das sind die im Ready Room. Zu schnell. Scheiße. Oh. Ich sehe gerade, das Video war schon längst vorbei und wir sind im nächsten Video. Hallo und herzlich willkommen. Das kann schon mal vorkommen. Oh, scheiße. Eigentlich hatte ich vor, sowas wie eine Verabschiedung und eine Begrüßung pro Video zu machen, aber... Naja. Wenn man die Videos automatisch auf 15 Minuten begrenzt... Ich glaube, das muss ich mal ausschalten. War ja mal so eine Begrenzung von YouTube selber. Dass Videos einfach nicht länger sein dürfen als 15 Minuten. Dann kann man sie halt nicht hochladen. Deswegen habe ich diesen automatischen Cut bei mir eingestellt bei Bandicam. Ich weiß, viele benutzen Fraps. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Der Preis ist, glaube ich, der gleiche. Der Witz ist, Bandicam hat mir eine kostenlose Trailer-Version angeboten, mit der man so lange aufnehmen kann, wie man will. Der man so lange aufnehmen kann, wie man will. Dafür wird allerdings so ein Wasserzeichen von www.bandicam.com eingeblendet. Damit habe ich ein paar Videos aufgenommen und gemerkt, okay, das ist cool. Das ist gar nicht mal so schlecht. Die Videos werden automatisch komprimiert, wenn man sie aufnimmt. Gute Sache. Also insgesamt hat mich Bandicam mehr überzeugt. Ich weiß, dass Fraps deutlich besser ist bei, also performance-mäßig, bei Aufnahmen von Minecraft. Scheiße, ich hasse diese Kurve. Aber ich habe nicht vor, Minecraft aufzunehmen. Ganz ehrlich, ich mache den Scheiß hier auch, weil ich Gronkh zugeguckt habe, weil ich Pizmi zugeguckt habe, weil ich Commander Krieger zugeguckt habe, obwohl der jetzt kein Let's Player ist. Aber Minecraft, da traue ich mich nicht ran. Das Problem ist, bei Minecraft muss man halt echt was zu erzählen haben. Das hat Gronkh aber irgendwann mal selbst gesagt. Man kann Minecraft nicht einfach so spielen und das Spiel kommentieren. Man muss irgendwie eigenen Scheiß zu erzählen haben. Und das hier sind meine allerersten Videos. Zusammen mit dem... Aaaaaaah! Dritter. Scheiße, von vier am Arsch. Ähm, das sind meine allerersten Videos hier und ich traue mir einfach nur nicht zu, dass ich irgendeinen Scheißdreck selber erzähle. Ich meine... Sollen die machen, die es können? Ich quatsch halt einfach nicht so drauf los. Na gut, aber das Video... werde ich jetzt wohl noch voll machen müssen. Mal gucken. Mal gucken. 2250. Wenn sie mich fragen, eine völlig aus der Luft gegriffene Zahl. Plus 300 für Impact Bonus. Was? Keine Ahnung. Ja, so komme ich auf keinen Fall vor. Was? Na gut, Level 6 ist nicht so weit entfernt. Es ist weit genug entfernt. Okay, nächstes Rennen ist auch wieder ein Tier 1 Rennen. Ein Checkpoint-Rennen. Ein Checkpoint-Rennen? Oh nein, ich hasse Checkpoint-Rennen. Das stimmt nicht. 1 on 1? Warum... Okay, 3 Leute. 4. Äh... Ach, scheiße, warum... Das war... Kann man hier auch Clans machen? Oder haben die irgendwie in ihrem... Nickname schon diesen klaren Tag drin gehabt? Ach, ich weiß es nicht. Ich... Ich will nicht gegen Level 19 alleine fahren. Nee, komm. Leaf... Ja... Kommt jetzt noch einer dazu? Noch einer? Ah, soll ich mitfahren? Soll ich nicht mitfahren? Ja, nee. Nee. Raus. Okay. Habe ich ja im letzten Video gesagt, dann zeige ich euch jetzt einfach... Ja, ich will die Party verlassen. Dann zeige ich euch einfach mal die Autos. Beziehungsweise... Den, äh... Vehicle Showroom. So, wie gesagt, vier Klassen oder Tiers. Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4. Und Tier 1 habe ich mir jetzt schon... Den Hyundai Genesis Coupé gekauft. Rear-Wheel-Drive-Balanced. Äh, die Werte seht ihr ja selber. Die sind sehr, sehr abstrakt. Topspeed, logisch. Acceleration macht auch Sinn. Power verstehe ich nicht. Was heißt Power? Also wenn du mich fragst, ist Acceleration ein kombinierter Wert aus Power und Weight. Aber da das eigenständige Werte sind, verstehe ich sie nicht. Ganz ähnlich. Ich weiß es nicht. Weiß nicht, was das bedeutet. Deswegen halte ich mich an dem Drive unten auf. Front-Wheel-Drive-Grip. Wobei das auch relativ ist. Der Alfa Romeo Giulietta. Der driftet schon recht gut. Den kriegt man gut in den Drift rein. Der Volkswagen Golf R. Den kriegst du gar nicht in den Drift rein. Der hat einen 4-Wheel-Drive-Grip. Das ist so das massivste an der Straße kleben, was es gibt. Der Hyundai könnte ein bisschen mehr driften. Der hat einen Rear-Wheel-Drive-Balanced. Äh, wie gesagt, ich glaube, dass ich einen Rear-Wheel-Drive-Grip... Äh, nicht Grip. Rear-Wheel-Drive-Drift brauche. Davon gibt's jetzt hier nicht so viele. Da hätten wir den Chevrolet Camaro. Ich guck mir grad mal die Werte an. Top-Speed und Acceleration machen für mich Sinn. Und auf die Werte achte ich auch. Weight ist halt wie schwerfällig der Wagen ist. Das Handling im Grunde. Nehme ich mal an. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ähm... Der ist... Ah ja, okay, ich hab nur 17.700. Der kostet 32.000. Und... Oh man, mit der Geschwindigkeit, mit der ich hier, äh, Kohle sammle... ...werde ich die mir wohl nicht leisten können. Ford Focus, den könnte ich mir leisten, aber der ist halt ein Front-Wheel-Drive-Grip. Ich möchte zum Rear-Wheel-Drive-Drift mal was probieren. Da hat der hier Top-Speed knapp über dem zweiten Strich. Acceleration in der Mitte zwischen dem ersten und zweiten. Power kurz vorm zweiten. Und Weight halt fast ganz oben. Ich glaube, das ist mein Classic-Muscle. Das ist mein Favorit hier. Der Chevrolet Camaro. Ansonsten Rear-Wheel-Drive-Drift haben wir den hier. Der hat halt im Vergleich knapp ganz wenig weniger Top-Speed. Deutlich weniger Acceleration. Bisschen weniger Power. Und das Gewicht ist fast gleich. Was haben wir noch? Rear-Wheel-Drive-Drift wäre noch der Dodge-Charger. Vergleichen. Top-Speed. Ähnlich wie der... ...wie der Chevrolet Camaro. Acceleration weniger. Power. Mh, bisschen mehr. Dafür auch schwerer. Grip, grip, balance, balance, drift. Aber hier, das meine ich. Der wird halt erst bei Level 7 freigeschaltet, dieser Subaru hier. Aber von den Werten her ist der jetzt nicht irgendwie besser. Oder vertue ich mich da? Der ist halt leichter. Aber so richtig sehe ich da nicht den Vorteil. Allein von diesen Werten, von diesen Strichen da. Was auch immer die bedeuten mögen. Also ich glaube, der hier wird mein Nächster. Ja, ich weiß, den kann ich mir noch nicht kaufen. Werde ich aber demnächst machen. Demnächst. Sobald ich es mir leisten kann. So, Tier 2. Kann man kurz mal reingucken. Den besitze ich. Das ist der Starterwagen. Den bekommt man quasi geschenkt. Und der nächste wird erst bei Level 8 freigeschaltet. Oh, was ich aber wohl noch machen könnte. Ich könnte mir noch... Ähm... Ähm... Tausender. Komm, das mache ich mal. Okay, das bringt mir im Vergleich dazu sehr, sehr wenig. Eine bessere Engine bringt nicht mehr Top Speed. Hm... Ja. Top Speed, Acceleration und Power. 1500... Ach komm. Mit dem Öl nicht sparsam sein. Moment. Sehe ich das richtig, dass mir das hier Acceleration abzieht? Was ist denn das für ein Quatsch? Das verstehe ich nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Was ist das für ein Unsinn? Sozusagen. Okay, geil. Komm, ein Rennen machen wir noch. Gucken, was passiert. Das ist ja irgendwann mal, äh... Zu Geld kommen. Ich hoffe, das kriege ich hin. Mein Wunschwagen aus Tier 1 hatte einen Preis von 32.000. Noch was. Das heißt, jetzt... Wenn ich jetzt noch 17.000, dann habe ich ihn. Face Off. Okay, das kriegen wir hin. Wenn der jetzt startet... Ich fürchte... Race Finishing. Okay, das ist kurz vor Ende. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Aber ich muss sagen, Grid 2... ... ist der Nachfolger von Grid 1. So viel steht mal fest. Also... Nicht nur, dass es das sowieso ist. Das ist es auch. Also es ist halt ein ähnliches Spiel. Wobei ich Grid 1 ehrlich gesagt noch ein bisschen besser fand. Bisher. Grid 1 war besser. Da finde ich allerdings auch. So, Voice mal ausgeschaltet. Hm. Muss ja nicht jeder mitbekommen. Ich nehme ja hier auf. Aber da hat mir schon immer zugestimmt. Grid 1 war besser. Aber ich bin mir nicht sicher. Gibt es in... Also gibt es Grid 1 noch? Als Multiplayer-Spiel? Laufen da die Server noch? Keine Ahnung. Die werden ja auch irgendwann abgeschaltet. Was ist jetzt hier los? Warum... Warum... Geht es nicht weiter? Okay. Oh nein. Endurance. Oh Gott. Ähm. Okay. Das kriegen wir nicht mehr hin. Das dauert 5 Minuten. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich beende das Video hier. Und äh. Wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal. Ich würde mich freuen. Vielen Dank. Und tschüss.